Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von heute früh. Wir driver möchten hier sechs Kilometer Stau bis unten zurück. Am besten sie weichen großräumig über das große deutsche Eckhausen. Auf der Ausweichroute gibt es allerdings eine Baustelle auf der A8 Richtung München zwischen Bad Reichenhall und Naarkirchen. Hier müssen sie eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen. Und in Oberösterreich gibt es dann noch einen Unfall auf der A1 Richtung Wien bei der Rastgesund Lindach Süd. Hier ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Es gibt drei Kilometer Stau. Na dann steigen wir wenigstens mal musikalisch aufs Gas mit Mandotjau und Dance with somebody. Die U3 ist in der Playlist. Die Ausweichroute Injderweissreifen Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020